Herzlich willkommen bei Aktien im Fokus, heute zur Wochenmitte mit einem Blick auf einen der ganz großen Datenbankhersteller und Softwarehersteller, wenn man so möchte. Die Rede ist von Oracle, die noch Quartalszahlen gemeldet haben. Nach dem Intro geht's los. Zusammen mit dem Roland, guten Morgen. Hallo Andreas, schönen guten Morgen. Ja, freut mich sehr, dass wir auch den großen SAP-Konkurrenten hier nochmal wieder ins Blickfeld nehmen. Denn SAP ist ja das Schwergewicht im DAX und Oracle der direkte Konkurrent. Ganz genau, der direkte Konkurrent aus den USA. Aber es gibt auch viele Überschneidungen in den USA, zum Beispiel mit einer Microsoft oder einer IBM. Von daher ist man sicherlich einer der drei großen Softwarewiesen aus den USA. Ja, es gibt sehr, sehr viele Themen, die dort abgedeckt werden in der Firma. Die ist ja auch schon ein bisschen älter und bieten sozusagen für viele Branchen auch komplette Datenbanklösungen an. Also so ein Rundum-Wohlfühl-Paket. Ganz genau und das Portfolio ist sehr, sehr breit, auch durch diverse Übernahmen. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Und man bietet eigentlich für alle Sektoren und für alle Branchen die verschiedensten Lösungen an. Und das sorgt nicht nur für Stabilität, sondern die breite Kundenbasis. Die federt auch so ein bisschen nach unten ab, wenn mal die Konjunktur etwas schleppend vorangeht. Denn ganz viele Dinge sind wirklich mit einem Abo-Modell versehen. 430.000 Kunden, also das kann man sich ja kaum vorstellen. Das ist schon Wahnsinn. Extrem viele Kunden, die man hier weltweit bedient. Natürlich vor allem in den USA, wo man auch ganz klar der Marktführer ist. Aber auch weltweit hat man wirklich zahllose Kunden entsprechend und wächst auch immer weiter. Ja und dieses Wachstum ist klar getrennt zwischen der Cloud-Infrastruktur und den Applications, also den Programmen, die drauf laufen. So kann man das aufspalten und das sieht man dann auch bei den Umsätzen. Da läuft mal der Service-Bereich ein bisschen besser, mal der Cloud-Bereich. Aber der ist trotzdem der, der vom großen Anteil her den Hauptumsatz mit für das Unternehmen generiert. Ja, ganz klar. Das meiste wird durch die Cloud-Infrastruktur und die Lizenzen verdient. Aber der Service-Bereich wird auch immer wichtiger. Sehr, sehr starke Wachstumsraten hier auch von 22 auf 23 und nimmt eine immer größere Rolle hier auch beim Umsatz ein. Wir wollen auch noch ein bisschen was zur Unternehmensgeschichte hier natürlich mit reinbringen. Den Gründer kennen wir sicherlich alle, außer den Medien. Larry Ellison ist auch eine sehr präsente Figur. Der hat sich selber durch die IBM-Rechner inspirieren lassen und später Konkurrent zu dem Unternehmen geworden. Genau, hat dann das Unternehmen nicht alleine, sondern mit zwei anderen Mitstreitern 1977 gegründet. Und zunächst hat man eine Datenbank für das CIA entwickelt und bekam damals 2000 Dollar Startkapital. Und so hat man auch immer wieder für Regierungsorganisationen wichtige Datenbanklösungen hier bereitgestellt. Ist sehr, sehr schnell gewachsen und dann letztendlich 1986 auch an die Börse gegangen. Es gab auch viele Übernahmen, wie zum Beispiel die Sun Microsystems oder auch die Siebel Systems und ähnliches. Von daher ist das Produktportfolio über die Jahre auch immer größer geworden. Und man hat damals schon darauf geachtet, dass das maschinelle Lernen, so wie es damals hieß, hier mit angesetzt wird, um den Datenmengen Herr zu werden auf so einer Datenbank oder in so einer Datenbank. Und heute sagt man ja einfach künstliche Intelligenz. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Wachstum global, also USA-Marktführer in Europa, Konkurrent zu SAP beispielsweise. Aber man wächst eben auch im Asia-Pazifik-Bereich stark. Ja, starke Wachstumsraten eigentlich fast überall in Europa war man ja eh schon nicht so groß wie jetzt zum Beispiel in SAP. Von daher, da konsolidiert man eher auf einem gewissen Level. Aber in anderen Bereichen der Welt konnte man sehr, sehr stark zulegen. Und wir haben ein paar Projekte aus Deutschland einfach mitgebracht, die wir alle kennen. Eine Siemens, eine Deutsche Bahn, eine Münchner Rück als Versicherungsunternehmen. Also all die Unternehmen arbeiten und setzen auf die Zuverlässigkeit der Oracle-Datenbanken. Ganz genau. Vor allem die großen Firmen setzen darauf und zum Beispiel auch eine Diebold Nixdorf hier zum Beispiel, die auch diese Oracle-Cloud entsprechend in die Personalverwaltung entsprechend weltweit auch integriert. Die zählten übrigens auch mal. Also Siemens, Siemens Nixdorf war es ursprünglich. Aber so kann sich das ändern. Trotzdem bleibt man treu, wenn man einmal mit Oracle, denke ich mal, die Einbindung geschaffen hat. Das ist ja auch so eine Art Austrittsebarriere für die Kunden. Also die kommen ja da auch nicht so einfach raus. Und wenn man einmal drin ist, wie in einem Zoom-Meeting, dann bist du mit mir jetzt zusammen über eine gewisse Zeit verhaftet. Ganz genau. Wenn man sich einmal für eine Lösung hier auch entschieden hat, zum Beispiel dann für die Oracle, dann wechselt man in der Regel nicht mehr zu einem Mitbewerber, wenn man dann seine ganzen Prozesse auch darauf ausgerichtet hat. Von daher, wenn man einmal die Kunden gewonnen hat hier als Unternehmen, bleiben die in der Regel sehr, sehr lange hier auch als Kunde bestehen. Das sucht natürlich Oracle immer nach neuen Kunden. Da gibt es ganz viele Gründe für den Einsatz. Einer davon ist natürlich KI, Cloud Computing, Cloud Speicher. Das ist alles nochmal ganz, ganz ausführlich auf der Homepage strukturiert. Und das KI-Thema ist natürlich im Vordergrund deswegen so wichtig, weil man extrem viel Kosten einsparen kann. Und was man für Kosten genau spart, das kann man sich auf der Homepage sogar kalkulieren lassen. Ja, von daher interessant, was man hier zusammengestellt hat. Und KI ist, wie gesagt, für die Oracle nicht neu. Da ist man schon seit Jahrzehnten dran am Arbeiten, damals nur unter dem Begriff maschinellen Lernen. Von daher hat man da vielleicht auch einen gewissen Wissensvorsprung auch vor anderen Unternehmen. Und es wird nicht unbedingt hier als KI-Unternehmen auch häufig bezeichnet, aber ist da auf jeden Fall auch sehr gut aufgestellt und auch ganz vorne mit dabei. Ja, das denke ich auch. Und wenn man dann Fragen hat, kann man tatsächlich auch noch neuen Menschen kontaktieren. Also es gibt ganz viel Support. Der Enterprise-Support ist inbegriffen. Bei den Preisen für die Unternehmen möchte das auch sein, will ich mal so von der Seite reinwerfen. Und dafür gibt es ja insgesamt auch eine Menge Mitarbeiter in ganz vielen Sprachen, insgesamt über 300.000. Ja, schon wahnsinnig, schon extrem großes Unternehmen, entsprechend hier auch größer als zum Beispiel eine SAP. Und das sind schon sehr, sehr interessante Daten, die das Unternehmen hier liefert. Ja, einmal in der Zeile verrutscht 300.000, ist der Umsatz pro Mitarbeiter, 164.000 Mitarbeiter. Aber das ist schon sehr beeindruckend. Ja, beeindruckend waren auch die Quartalszahlen, die über die Ticker kamen am Montagnachbürslich. Die Umsatzerwartungen wurden erfüllt und das war man gar nicht gewöhnt aus den letzten Quartalszahlen. Da gab es nämlich eher Enttäuschung. Ganz genau. Also hier wirklich eine Umsatzsteigerung von 7 Prozent auf mehr als 13 Milliarden US-Dollar. Das lag im Bereich der Erwartungen und war durchaus sehr, sehr positiv entsprechend. Auch für das laufende Quartal erwartet Oracle einen Umsatzanstieg von circa 4 bis 6 Prozent. Und was am Markt sehr gut ankam, war insbesondere die Entwicklung des Cloud-Geschäfts. Diese konnte sich auf jeden Fall stabilisieren, nachdem man es ja auch in den letzten Quartalen schwierig hatte in diesem Segment. Und ja, die Einnahmen aus dem Cloud-Geschäft sind um 25 Prozent auf mehr als 5 Milliarden US-Dollar gestiegen, was auch leicht über den Prognosen lag. Und unterm Strich gab es demzufolge einen Nettogewinn von circa 2,4 Milliarden US-Dollar. Das waren auch 27 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Und damit hat man einen Gewinn von 1,41 Dollar ausgewiesen, auch mehr als die Analysten erwartet haben. Da kann man bestimmt wieder gut investieren. Und das haben die Anleger und Anlegerinnen honoriert. Nachbürsig 13 Prozent ging es dann nach oben. Und das konnte auch über den gesamten Handelstag gehalten werden. Ich glaube, zum Handelsende waren es noch bloß 11 Prozent. Ja, wirklich eine sehr, sehr starke Reaktion. Hin zu neuen Allzeithochs, muss man auch sagen. Das sieht man später auch im Chart. Von daher, die Investoren scheinen es zu freuen. Und die Analysten auch, die überschütten jetzt quasi die Aktie mit neuen Ratings. Vornehmlich Kaufempfehlungen, die überwiegen auch fast. Da sind noch viele aufhalten, aber die kommen so langsam aus der Deckung. Das verschiebt sich so ein bisschen mit den positiven Zahlen. Und die Kursziele zum durchschnittlichen Kursziel sind ja tatsächlich auch im Allzeithochbereich verankert. Ganz genau. Mittleres Kursziel jetzt auf neuen Allzeithochs. Aber es gibt durchaus auch höhere Kursziele bei 150, 160 Dollar. Und das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Vorher nochmal einen Blick tiefer in die Bilanzen. Die Umsätze sollen weiter anziehen. Die Marschen aber auch. Also die Talsohle von 2022 scheint hinter sich. Gelassen und von einer Umsatzrendite von 24,44,75 Prozent können andere Unternehmen nur träumen. Ja, auf jeden Fall. Und auch die Nettomarge soll weiter steigen nach der Durststrecke, die man zuletzt hatte. Soll die auch wieder über 20 Prozent ansteigen in diesem Jahr. Perspektivisch dann auch wieder bis in den Bereich von knapp 25 Prozent. Also hier scheint auch wieder Wachstum prognostiziert zu werden. Und das zeigt auch die aktuelle Entwicklung. Und da kann auch wieder weiter Dividende gezahlt werden. Das ist ja auch nochmal so ein Thema, was bei der Bewertung mit berücksichtigt werden sollte. Vom KGV her unter 30 für nächstes Jahr ist nicht ganz preiswert. Aber es ist ein Wert, der auch keine extremen Volatilitäten aufweist. Und die Performance in den letzten Jahren hat ja gezeigt, dass man auch mit weniger Volatilität im Depot und so einem Wert ganz gut schlafen kann. Ja, eine sehr, sehr stabile Performance ohne große Rücksätze entsprechen. Das heißt, es ist keine allzu große Volatilität. Und fast egal, wann man da eingestiegen ist in die Oracle, sieht es hier nach einem Plus aus. Und das wollen wir uns im Chartbild natürlich anschauen mit dem Freestockstool, was sich da für weitere Szenarien anbieten. Ja, schauen wir uns zunächst die Aktie hier auch im Wochenchart aus, an im großen Bild. Und da sieht man, dass entsprechend die Allzeithochs jetzt nach dem Gap hier auch angelaufen worden sind. Diesen Bereich hat man schon, ja, früher des letzten Jahres, im Juni und dann auch nochmal im September des letzten Jahres erreicht. Kam dann entsprechend etwas zurück. Das sieht man noch besser auch im Tageschart. Also das ist eine wichtige Hürde bei circa 127, 127,5 Dollar. Gestern hat man dann Intraday neue Allzeithochs markiert. Bis in den Bereich von 129 Dollar kam etwas zurück. Von daher, das wird auch eine spannende Marke für die kommenden Handelstage sein. Ob man diese Marke halten kann oder wieder unterschreitet. Sollte man sie unterschreiten, wird sicherlich ein Stück weit das Gap geschlossen werden können. Eine sehr, sehr wichtige Unterstützung liegt dann im Bereich der vorherigen Hochs aus dem November und auch aus dem Februar diesen Jahres bei circa 118 Dollar. Sollte es einen Rücksetzer geben, ist das sicherlich eine interessante Einstiegsgelegenheit in diesem Bereich. Ansonsten kann es aber auch sein, dass die Aktie gar nicht weit zurückkommt und korrigiert, sondern vielleicht eher eine Seitwärtskonsolidierung hinlegt und dann neue Allzeithochs wieder markiert. Von daher durchaus eine spannende Aktie auch für die nächsten Handelstage, die man sich auf die Watchlist legen kann und dann gegebenenfalls vielleicht auch mit einem engen Stopp einsteigen. Ja und gerade an solchen spannenden Marken wie dem Allzeithoch, wenn man das schon mehrfach angetestet hat, ist es vielleicht auch Intraday mal einen Trade wert, was man ja provisionsfrei bei Freestalks sehr, sehr angenehm tun kann. Ja, das auf jeden Fall. Wir haben auch die entsprechenden Optionen und die kann man auch kommissionsfrei handeln. Ja, in dem Sinne freue ich mich auf die weiteren Marktanalysen mit dir zusammen, sage großes Danke und bis bald, Ronald Jägen. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.